Bevor ich loslege, oute ich mich erst einmal als Sonic-Fan, insbesondere als Fan der 16-Bit-Ära. Demnach könnt ihr euch vorstellen, dass Sonic Origins für mich, rein theoretisch, eine Supersammlung der alten Videospiele darstellt, da sie die meiner Meinung nach besten Sonic-Spiele vereint. Und trotzdem ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt, denn Sega hat auch ein paar zweifelhafte Entscheidungen im Vorfeld getroffen und damit für viele Zocker Sonic Origins direkt ins schlechte Licht gerückt. Ich will in meinem Fazit nun auf die wichtigsten Punkte eingehen und euch meine Meinung zur Sammlung der alten Sonic-Klassiker verraten, natürlich wieder mit einer abschließenden Bewertung. Ich fange zunächst mit dem Umfang an, denn ich finde, hier kann man eigentlich nicht meckern. In Sonic Origins versammeln sich nämlich die Vollversionen von Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 und Knuckles und Sonic CD. Es sind also die wichtigsten Sonic-Spiele der 16-Bit-Ära, des Sega Mega Drive und des Mega CD vertreten. Sind die vorhandenen Spiele denn wenigstens komplett und vernünftig integriert worden? Ja, eigentlich schon. Wieso ich etwas zögere, verrate ich euch gleich. Fangen wir ganz am Anfang an, denn wie es sich für so eine Sammlung von Spielen gehört, könnt ihr zunächst eines der Spiele auswählen und starten, mit der Besonderheit, dass es neben dem klassischen Spiel auch die Jubiläumsversion gibt. Wo ist der Unterschied? Die klassische Version wird in 4 zu 3 angezeigt und man hat nur eine begrenzte Anzahl an Leben. Das sind die entscheidenden Unterschiede. In der Jubiläumsversion werden die Spiele im 16 zu 9 Format angezeigt, was eine angenehme Übersicht verschafft. Zusätzlich ändert sich die Sache mit den Leben, denn hier kann man so oft sterben, wie man will. Es gibt einfach keinen Game-Over-Screen. Statt der Leben werden unten links nämlich Münzen angezeigt. Diese verdient man sich zum Beispiel auf dem gleichen Wege, also indem man einen entsprechenden Monitor im Spiel zerstört oder 100 Ringe sammelt. Zusätzlich lassen sich Münzen verdienen, indem man die neuen, für das Spiel kreierten Missionen schafft zum Beispiel oder eines der Spiele beendet. Doch was bringen einem die Münzen? Naja, das ist so ein zweischneidiges Schwert, denn mit den Münzen lassen sich Boni wie zusätzliche Videos, Illustrationen oder auch einzelne Lieder des Soundtracks freischalten, die man sich im speziellen Menü anhören bzw. angucken kann. Das bringt zwar einen kleinen Anreiz mit, diese Münzen zu sammeln und erhöht ein ganz kleines bisschen den Wiederspielwert und damit auch den Umfang, doch trotzdem ist es am Ende eher nur ein kleines Gimmick. Es verändert das eigentliche Spiel eben nicht, zum Glück also nicht zum schlechten, aber leider auch nicht zum guten. Dass dann die klassische Version des Spiels niemals so ganz klassisch daherkommt, ist zwar schade, aber für mich persönlich kein Drama. Denn anders als es der Name vermuten lassen könnte, kann man bereits in Sonic 1 den Spindash machen, was Sonic ja erst in Sonic 2 gelernt hat. Wäre der Modus also wirklich ganz klassisch, hätte man hier etwas präziser sein müssen. Zusätzlich zu den Spielen gibt es dann, und ich habe es vorhin erwähnt, die Missionen. Diese sind ganz spannend, man bekommt meist kleinere abgegrenzte Abschnitte einzelner Level und muss dort eine spezielle Vorgabe erfüllen, also zum Beispiel eine gewisse Menge von Ringen sammeln oder keinen Schaden nehmen und so weiter. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch den Story-Modus. Hier wählt man nicht die einzelnen Spiele aus, sondern spielt alle Spiele nacheinander durch, als wären sie zusammenhängend. Natürlich lässt sich auch hier das Spiel einfach unterbrechen, das Spiel speichert regelmäßig ab. Es ist irgendwie eine coole Idee, denn so bekommt man quasi das umfangreichste Sonic-Erlebnis aller Zeiten. Spielerisch unterscheidet sich Sonic Origins nicht wirklich von den originalen Vorbildern des Sega Mega Drive bzw. Mega CD. Die Level sehen genauso aus wie damals. Sonic verhält sich auch quasi genauso wie damals, naja, abgesehen von Abweichungen wie eben dem vorhin angesprochenen Problem mit dem Spindash und dass man damit in Sonic 1 schon etwas flotter unterwegs ist, als es ursprünglich der Fall war. Der Rest ist aber gewohnte Kost, vor allem für Kenner. Das muss jedoch nichts Schlechtes sein, schließlich funktionierte Sonic in meinen Augen als 2D-Plattformer immer noch am besten. Man muss diese relativ flotten Spiele jedoch mögen und auch etwas frussresistent sein, falls man mit den klassischen Sonic-Spielen nicht so vertraut ist. Das Einzige, was mir beim Spielen aufgefallen ist, Sonic 1 fällt im Vergleich tatsächlich ein gutes Stück ab, sowohl vom Level-Design als auch von der Abwechslung, als auch grafisch und soundtechnisch. Da kann die Collection aber nichts für, das war nun mal früher so. Bis auf den schwächelnden Eindruck, den man optisch aus Sonic 1 bekommen könnte, gibt es aber nicht wirklich was zu meckern, wenn es um die Darstellung geht. Die Level sind liebevoll und in der Regel schön bunt gehalten, Nostalgie an allen Ecken und Enden. Jedes Spiel startet mit einem recht sonnigen und fast tropischen Setting, ehe es danach in die unterschiedlichsten Zonen geht. Mal ein Wasserlevel, mal Lava, auch gibt es eine Sandzone und natürlich Casino-Zonen, in denen es unzählige Bumper, Flipper und andere Objekte gibt, von denen ihr abprallen oder an denen ihr euch hochschießen könnt. An Abwechslung mangelt es demnach nicht. Besonders hervorheben möchte ich die neuen Zwischensequenzen, die extra für Origins kreiert wurden. Kleine Animationsfilmchen, die am Anfang und am Ende eines jeden Spiels gezeigt werden und damit nicht nur etwas Neues bieten, sondern auch ein ganz kleines bisschen die Handlung der Spiele erklären. Zu viel Handlung sollte man hier natürlich nicht erwarten, aber audiovisuell sind diese Clips traumhaft gemacht worden und ein absoluter Mehrwert. Über den Sound muss ich vermutlich nicht viel sagen, denn jeder, der die Sonic-Spiele mag, weiß, dass der Soundtrack eine der Stärken ist. Die Musik passt super zu den einzelnen Levels, obwohl auch hier Sonic 1 auffällig schwächer ist als die anderen Spiele. Vor allem aber der Soundtrack aus Sonic CD ist in meinen Augen wirklich göttlich und bietet euch in Origins sogar die Möglichkeit, zwischen der originalen und der amerikanischen Version zu wechseln. Falls ihr es nicht wusstet, Sonic CD bekam in Nordamerika einen alternativen Soundtrack, welcher eher rockig und nicht so elektronisch ausgefallen ist. Beim Thema Soundtrack gibt es dann aber natürlich noch eine ganz andere Sache, die ich wenigstens ansprechen muss. Ice Cap Zone, Launch Base Zone und Carnival Night Zone. Die meisten wissen vermutlich, was ich damit meine, für alle anderen jetzt in Kurzform. Um Sonic 3 ranken sich weiterhin viele Gerüchte und Mythen, was den Soundtrack betrifft, denn angeblich war der große King of Pop, Michael Jackson, beteiligt an der Komposition des Soundtracks. Sega hat das niemals bestätigt oder geleugnet und auch Michael Jackson schwieg hierzu, genauso wie alle anderen Verantwortlichen. Es gibt inzwischen unglaublich viele Videos und Berichte im Netz, aus denen man durchaus ableiten kann, dass die Mythen nicht komplett erfunden zu sein scheinen. Und Sonic Origins heizt das Thema weiter auf, denn offenbar gibt es lizenzrechtlich Schwierigkeiten, was den Soundtrack betrifft. So hat sich Sega nun bei Sonic Origins entschieden, die bekannten originalen Titel für die besagten drei Zonen aus Sonic 3 zu entfernen und mit alternativen Soundtracks zu ersetzen, welche bereits in der Vergangenheit in anderen Sonic 3 Adaptionen zum Einsatz kamen. Und was soll ich sagen? Sie sind scheiße. Entscheidend für dieses vernichtende Urteil dürfte aber auch wieder die Tatsache sein, dass ich ein Riesenfan von Sonic bin und demnach natürlich alles gerne so hätte, wie ich es gewohnt bin und lieben gelernt habe. Denn ich bin gleichzeitig davon überzeugt, dass wir über die drei alternativen Songs nicht so schlecht denken würden, wären sie einfach von Anfang an im originalen Sonic 3 enthalten gewesen. Desaströs sind sie nämlich eigentlich nicht. Sie sind aber eben nicht die geliebten und bekannten Stücke. Wie viel Spaß macht jetzt dieses Komplettpaket also insgesamt? Viel. Solange man eben keine großartigen Neuerungen im Vergleich zu den Originalen erwartet. Ja, das Spiel bietet lediglich Remasters von alten Spielen an. Trotzdem reden wir hier von vier tollen Spielen der 16-Bit-Ära des Sega Mega Drive. Und die Collection kostet nicht den Vollpreis, sondern lediglich etwa 40 Euro. Für mich als Kenner war es super, alle Spiele noch einmal im Format 16 zu 9 zu spielen. Und trotzdem sind es eben bekannte Spiele. In diesem Look wünsche ich mir einfach mal wieder ein ganz neues Sonic-Spiel. Quasi ein Sonic Mania 2. Wo wir noch bei einer letzten Sache wären, und zwar den Entscheidungen, welche Sega im Vorfeld gefällt hat und welche bei vielen von euch dazu geführt haben, von einem Kauf abzusehen. Zum Beispiel, dass Sega den Verkauf der einzelnen Serienteile erschwert hat und die Sonic-Spiele aus den Stores verschwunden sind. Ihr also gezwungen seid, das umfangreiche Komplettpaket zu kaufen, obwohl ihr vielleicht nur Lust auf Sonic CD habt. Genauso wurde sehr kritisch gesehen, dass Sega zusätzliche DLC zum Start angeboten hat, welche entweder einzeln erworben werden konnten, oder man diese direkt mitkaufen konnte, wenn man die Deluxe Edition von Sonic Origins gekauft hatte. Hierzu meine Meinung und wieso beides nicht wirklich Einfluss nahm auf die finale Beurteilung. Ja, dass man einzelne Spiele quasi verbietet, um damit die Verkäufer der Collection zu fördern, ist ärgerlich und auch irgendwie kacke, aber mal ehrlich, das ist nichts Neues und das haben andere Publisher bereits so gemacht. Dass dann so unnötige und banale Dinge als DLC angeboten werden, nur um die 5 Euro teurere Deluxe Edition zu vermarkten, halte ich für zweifelhaft. Trotzdem kein Abzug in der Bewertung, denn gerade weil die DLC so banal sind, vermisst man einfach nichts von dem, wenn man nur die Standard Edition kauft. Es bleibt ein tolles Komplettpaket und niemand zwingt euch zum Kauf der teureren Version. Wenn ihr nicht gerade der größte Fan seid, würde ich auch vom Kauf der Deluxe Edition abraten, obwohl 5 Euro jetzt nicht so viel Geld ist. Ihr bekommt aber lediglich Dinge wie zusätzliche Soundtracks, die ihr euch im Menü anhören könnt, oder weitere schwere Missionen oder neue Animationen fürs Hauptmenü. Man kann sich die 5 Euro also durchaus sparen. Den regulären Preis von 40 Euro für die eigentliche Vollversion wiederum halte ich nicht für überteuert, im Gegenteil, dafür, dass man 4 Spiele bekommt, ist es ein guter Preis. Sonic 3 & Knuckles wurde damals sogar eigentlich separat verkauft, es handelt sich also eigentlich sogar um 2 Spiele, so dass wir streng genommen sogar insgesamt von 5 einzelnen Spielen sprechen müssten, was einen Einzelpreis von 8 Euro pro Spiel bedeuten würde. Und da kann nun mal niemand meckern, der diese Spiele vorher noch nicht besessen hat. Wer also Bock auf eine Dosis klassischer Sonic-Spiele hat und gerne ein Komplettpaket sein eigen nennen möchte, kann hier getrost zuschlagen.